Ey, jetzt wach! Ist das nicht cool hier? Ist das keine eine coole Location? Ein Weg, Weg doch! Machen wir langsam wieder, ich weiß nicht ob wir ganz runter laufen. Oder doch? Warum eigentlich nicht? Ob das die Mama? Was für die Mama ist. Guck mal da unten die Höhlen. Grotte, da gibt es so Grotte. Guck mal, ein Räder, das ist ja hier wegen richtig romantischer Location. Darunter gibt es ein paar Roussels. Roussels gibt es auch, guck mal. Und da unten ist eine Grotte. Komm, wir trinken einfach was. Komm. 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 Komm.